Das ist Wahnsinn! Hast du auch das Problem, du stehst beim Trader und sagst dir, Junge, was geht denn hier ab? Einkaufspreis, knappe 5 Millionen, wie zum Beispiel hier der ferngesteuerte Sprengstoffzünder und Verkaufspreis nur 146.000 Euro. Was ist denn das für eine Preisdifferenz? Oder EGD-5 Splittergranate, Verkaufspreis 22.000 und Einkaufspreis 754.000 Euro. Äh, Euro sag ich schon. Rubel oder Gold oder Silber. Je nachdem, welche Währung du in deinem Trader installiert hast. Wenn du jetzt aber diesen Trader standardmäßig mit dem Expansion Bundle installiert hast, so wie ich das in den vorherigen Videos gezeigt habe, ist diese Preisdifferenz ja eigentlich gar nicht so hoch, wie du bei deinem Original auf deinem Gameserver sehen kannst. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Preisdifferenz anpassen kannst, so dass es Raritäten, wertvolle Items auf deinem Server gibt. Du hast so die Möglichkeit, einen richtig guten, ausbalancierten Markt auf deinem, einen dynamischen Markt auch noch, auf deinem Server zu schaffen. Denn Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Die Preisspannen variieren immer zwischen wenig im Stock oder er hat viel im Stock. Je mehr der Verkäufer in seinem Stock zum Angebot hat, desto günstiger wird der Preis. Und je mehr Leute das rauskaufen, umso teurer wird er natürlich. Und wie du das Ganze einstellst, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran. Um das Ganze einfach und schnell anpassen zu können, müssen wir natürlich erst mal wieder auf unseren ganz normalen Desktop. Wir brauchen das FTP-Programm zum Daten hoch- und runterladen auf den Server bzw. auf unseren Desktop. Und wir brauchen wieder Notepad++, mit dem wir natürlich gerne arbeiten. Und in dem guten Beispiel, ich habe jetzt hier Autos offen, wir wollten aber Explosive. In dem guten Beispiel, was wir gerade im Anfangsvideo hatten, haben wir gesagt, gibt es einige Dinge, die sind sehr teuer und im Verkaufspreis sehr billig. Und wie kommt das Ganze zustande? Wenn wir uns einfach mal dieses Skript anschauen, wir haben einen Artikel, wir haben einen Maximalpreis, wir haben einen Mindestpreis, wir haben einen Verkaufspreis in Prozenten, wir haben einen Max-Stock und einen Mind-Stock. Also was darf maximal bei diesem Händler vorhanden sein und was darf minimal bei diesem Händler vorhanden sein? Und die Mengenqualität in Prozent. Minus 1. Standardmäßig ist der Verkaufspreis in Prozent auch auf Minus 1, wenn du noch nichts an deinem Trader geändert hast. Jetzt gibt es zwei Dinge, die man hier ändert, um die Preisdifferenz weiter auseinanderzuschieben und den Einkauf, der Verkaufspreis ist es nicht, und den Einkaufspreis zu variieren. Diesen Preis wählt der Verkäufer, das ist ja der Mindestverkaufspreis eines Produktes, also ein niedriger Preis. Diesen Preis wählt er, wenn sein Stock komplett gefüllt ist. Und je mehr die Leute rauskaufen, umso mehr geht der Preis in diese Richtung, bis er nachher kaum noch, bis gar keine Artikel hat. Das heißt, dieser Preis und dieser Preis sind nicht Einkauf- und Verkaufspreis, sondern einfach nur die Preisdifferenz, die der Händler selbst wählt, da es ein dynamischer Markt ist, je nachdem, wie viele Spieler schon was rausgekauft haben oder auch wieder reingekauft, indem sie halt Sachen gefunden haben und bei dem entsprechenden Händler verkauft haben. Und dieser Abschnitt hier unten, Sell Price Person, der dürfte jetzt bei dir auf Minus einstehen, diesen kannst du verändern. Wenn du hier eine 100 einträgst, ist der Einkaufspreis gleichgesetzt mit dem Verkaufspreis. Das heißt, wenn der Händler komplett im Stock mit 100 Gegenständen voll ist, bietet er diesen Artikel für 550.000 Euro an. Wenn du jetzt hier eine 100 drin hast, dann kann der Spieler diesen Artikel für 550.000 Euro einkaufen, aber auch für 550.000 Euro verkaufen. Und diese Zahl, die du hier einträgst, ist immer die Prozentzahl. Das heißt, wenn ich da jetzt eine 50 eintrage, nimmt der Händler automatisch die Hälfte von diesem Preis. Und eine 3 heißt hier automatisch 3%. Bei den explosiven Sachen haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Preisdifferenz, weil wir halt nicht möchten, dass die gefundenen Dinge auf Anhieb verkauft werden. Somit halten wir die Menge beim Händler sehr niedrig. Aber wenn sie eingekauft werden müssen, muss dafür viel berappt werden, weil diese ganze Explosivgeschichte hat bei uns was mit dem Base Rate zu tun. Das heißt, wenn hier einer Base Rate betreiben möchte, dann muss er schon in die Tasche greifen und es muss sich natürlich für ihn dann auch lohnen. Das heißt, dementsprechend muss er vorher schon mal ein bisschen gescoutet haben, was könnte in dieser Base vorhanden sein. Anders habe ich die Preisdifferenzen in den anderen Kategorien gemacht. Und wir haben ja schon Autos gesagt. Ich habe überall unterschiedlich die Preisdifferenz von Einkauf zu Verkaufspreis gemacht. Das heißt, bei Gegenständen, wo man sagt, okay, das ist ein normaler Gegenstand, das ist kein wertvoller Gegenstand, den findet man auf Karten. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und da noch ein paar Teile zusammensucht und den zusammenbaut, kann man ihn verkaufen. Und wir haben eine Preisdifferenz unter allen Kategorien, die bei den Tradern sind, zwischen 3 und 30 Prozent. So kannst du deinen Markt attraktiv, dynamisch und natürlich auch actionreich halten. Die Leute müssen dann halt entweder sparsamer damit umgehen, und die gefundenen Gegenstände haben halt eine viel, viel höhere Bedeutung auf einmal. Und so kannst du dein ganzes Marktsystem richtig geil steuern. Für diejenigen, die sich jetzt nicht die Mühe machen möchten, weil auch die Grundeinstellung wie MintStock ist bei dir auf 1. Ich habe es hier schon auf 0 gesetzt. Das heißt, der Händler verkauft es komplett raus. All diese ganzen Einstellungen, die kannst du dir auf unserem Server einmal anschauen. Du joinst auf den Server, guckst dir das Marktsystem an, spielst vielleicht eine Runde. Und wenn du sagst, das will ich auch so haben, ich möchte aber jetzt nicht alle Tutorials durchgucken, wie baue ich das Marktsystem um, wie gestalte ich das, wie kann ich Kategorien, Produkte und so weiter hinzufügen oder auch wieder rausnehmen. Du kannst dir diese ganzen Skripte, die ich schon überarbeitet habe, die genau auf unserem Server abgestimmt sind. Das heißt, so wie unser Server aktuell gerade läuft, so sind auch die Skripte auf unserer Webseite zum Download hinterlegt. Und wie das Ganze gemacht wird, siehst du dann nachher auf der Webseite, wenn alles fertig ist, in Form von ganz, ganz kleinen Tutorials, wo du diese Dateien austauscht und dann läuft das auf deinem Server ganz genauso. Die einzige Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du dasselbe Modifikationspaket drauf hast, wie wir es haben. Aber auch das steht alles auf der Webseite. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten Anregungen, Wünsche und Kritik, wie immer, rein in die Kommentare. Wenn du noch irgendwas wissen möchtest, wie der Server heißt, wie du raufkommst, der Discord, die Webseite oder, 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 dann einfach unten unter diesem Video die Videobeschreibung öffnen. Dort steht alles Relevante drin. Ich sage, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Video.